Herzlich willkommen bei einer Folge Heroes of the Storm und der Cello, der quasselt schon einfach dazwischen, der ist nämlich auch dabei. Ja, hallo. Ich spiele nämlich gerade nebenbei einen Rankin, der wollte jemanden zum Aufnehmen haben, da komme ich einfach mit dazu. So sieht das aus. Und ich habe meinen Heroes of the Storm hier, wie ihr es gerade seht, auf Deutsch. Ist irgendwie ein Patch rausgekommen, dann hat man das jetzt auch irgendwie auf seiner Sprache. Und ich spiele, ich weiß nicht, wie der auszusprechen ist, ich würde ihn jetzt einfach mal Zegara nennen. Ist auf jeden Fall ein Starcraft-Held. Und die ist, soweit ich weiß, ein Fernkampf-Spezialist. Ich weiß nicht so ganz, was das bedeutet, aber ich habe sie schon mal gespielt und die ist cool. Jetzt setzen wir hier so ein Teil hin und hier so ein Teil hin. Oder war auf jeden Fall einer? Ich glaube, der war das. Ah, okay, sehen wir es auch. Hier ist der neue Held, der rausgekommen ist, Rega. Ich zeig dir im Gamer gut einen mit. Ends gegen 1, ja, war Botlane, erscheint. Alter. Die fight sind schon eher, meine Division. GG. Anscheinend hast du ja gerade gewonnen. Ja, wir haben jetzt gewonnen. Der gegnerische Triname ist an Baron gestorben und seitdem haben sie aufgegeben. Gut. Dann bleibe ich jetzt erstmal aus mit dem Match, bis wir die Aufnahme durch haben und kann ich ein bisschen mitquasseln. Jo. Da haben wir hier gerade ein Standbild oder was auch immer. Das war komisch. ETF. Okay. Prüfen wir mal, ob da mit der Aufnahme alles in Ordnung ist. Ja, sieht so aus. Jetzt hoffen wir, dass hier wieder alles klappt. So, wir gehen mal ein bisschen back hier. Auf diesen Viechern, die ich hier setze, kriege ich nämlich erhöhten Live-Rack und meine Diener sind hier auch schneller. Da setzen wir hier noch einen hin. Zack. Fällt auf. Wir spielen wieder auf der Piraten-Map und deswegen habe ich hier mal die Truhe. Wo ich mal was rausholen muss. Ähm, Neo? Ja. Ich habe mal jetzt geguckt, da es mich jetzt irgendwie interessiert hat, warum auch immer. Du hast ja gesagt, dass Robin Silbert 1 ist. Also laut seinem Profil ist er Silbert 2 mit 65 Punkten. Dann hat er die Promos für ihn verkackt. Er meinte eigentlich, also eins hatte er gewonnen gehabt. Und er meinte, dass er das zweite jetzt am Gewinnen ist. Kann auch sein, dass sie noch nicht geupdatet sind hier. Keine Ahnung, aber es steht einfach hier. Gucken wir mal seinen Spielverlauf. Ja, warte. Da trägt man ganz kurz einen Schritt. Oh, haben sie den erneuert? Sieht anders aus. Krieg auf keinen Fall da drauf. Warum? Also auf ein Game. Da wirst du immer in so einen Rep, äh, auf so eine Seite weitergeleitet. Eine Seite, okay. Ja, ja. Ähm. Er hat zwei Defeats in seinem Verlauf jetzt. Hint er an einem im Ranked? Ja. Dann ist er vom Muli aus den Promos geflogen. Er hatte einen Victory mit Mundo und danach mit Varus ein Defeat und dann mit Leon ein Defeat. Ja, das erste mit Mundo hatte er gewonnen und dann meinte er, er gewinnt das jetzt geradezu. Ah, schade. Dann war ja auch Marvin weg. Der ist ja dann von Robin erst ganz spät abgehauen. Mhm. Und dann war Robin halt auch auf, weil er mit Justin zur langen Nacht da ist. Mhm. Dann hab ich noch jemanden gesprochen. Ach, schade für ihn. Naja, er wird bestimmt auch noch weiter, äh, wird auch noch weiterkommen, genauso wie ich. Er hat nur ein bisschen Zeit, was ins Land, ins Land geht. Naja, wollen wir uns mal auf Feverless of the Storm kontrollieren, kontrollieren, ja. Kontrollieren? Genau. Ähm. Du bringst wieder die richtige Grammik hier ins, ins Video. Nein, das ist ausschließlich meine Videos, wo die richtige Grammik ist. Ausschließlich. Ah, okay. Okay. Ja, aber so richtig gefixt hab ich das Monitor-Problem immer noch nicht. Beziehungsweise Aufnahmeproblem. Mittlerweile sollte die Folge oben sein, also, falls ihr es genauer wissen wollt, könnt ihr ja mal in meinem Prison-Architect-Video in meinem neuesten gucken. Kleine Werbung für mich. Und in dem, in dem, äh, Bestrafungsvideo. Da ist das alles auch nochmal genau erklärt, warum das so ist. Inwiefern eigentlich Bestrafung, das musst du mir mal kurz erklären. Äh, hab ich vorhin schon eigentlich kurz versucht, aber du warst irgendwie anscheinend so konzentriert. Genau. Und zwar, ähm, haben wir eine Aufnahme. Wir haben ja irgendwie drei Stunden lang da Aufnahmen gestartet, während du auf warst und vorhin oben warst. Genau. Ja. Haben Aufnahmen gemacht und sowas alles, immer mit verschiedenen Einstellungen und alles. Und ab irgendeiner Aufnahme hab ich dann gesagt, so, ich nehm jetzt einfach mal 1080p auf und hab dann gesagt, so, äh, ähm, ich hab eine ganz normale Einleitung anfangs gemacht und dann einfach so gesagt, äh, ja, äh, das und das und das und das und ich glaube, ihr werdet die Aufnahme sowieso nie sehen und, ähm, ich verspreche aber, dass ich dieses Video hochlade, wenn es so gute Qualität hat. Und ab da haben Marvin und ich dann einfach nur irgendeine Scheiße erzählt, weil wir halt eh dachten, dass die Qualität jetzt scheiße davon ist und dann war die Qualität auf einmal halt sehr gut davon. Okay. Und deswegen musste ich das jetzt hochladen, kommt auch, ist dann schon, vermutlich schon oben, wenn ihr das Video hier sehen solltet. Okay. Aber es ist halt trotzdem scheiße, dass die Dateien jetzt so fucking groß sind, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Hm. Wir werden es jetzt sehen, vermutlich wird nämlich das Video hier, äh, 30 Minuten ungefähr gehen und ich wette, das sind dann zwei Gigabyte oder sowas, wie soll ich denn sowas hochladen? Ich meine, ich hab's da ganz gutes Internet, aber das dauert locker 40 Minuten. Ja, also, bei meinem Internet, da hab ich ja auch diese 300 MB Dateien und die dauern halt auch, ähm, 30 Minuten. Und das stört mich halt auch nicht. Da kriegen wir ja auch hin eigentlich, müssen halt, wir können ja mal, ähm, nach der Aufnahme nochmal alles durchgeben, was du gemacht hast und mal gucken, vielleicht hast du ja irgendwas übersehen oder so. Ja, ich versuche mit den, äh, also ich weiß, dass alles unter 1080p, also unter meiner Bildschirmauflösung, ist unscharf. Das wird nicht funktionieren. Ist einfach so, das hab ich mittlerweile begriffen. Ich hab's so hoch gedreht bei 720p und da war dann eine 5 Minuten, äh, Datei bei 2 Gigabyte und war immer noch leicht unscharf. Okay. Und deswegen hab ich mir gesagt, 1080p muss immer, muss sein, ansonsten kann ich, äh, dieses, kann ich keine Qualitätsvideos bringen. Ja, man will unbedingt Qualität, würd ich sagen, oder? Ja. Weil es ist eigentlich das Wichtigste, sonst kann man den Kanal nicht betreiben. Und da kann ich jetzt noch an den, an den, äh, Bitraten kann ich da jetzt noch was drehen vielleicht, dass ich den ein bisschen da kleiner mache und dafür dann trotzdem meine Qualität beibehalte. Ja. Und da ist jetzt halt die Sache, inwiefern ich noch kleiner gehen kann. Zumal es ist ja auch von Spiel zu Spiel, äh, unterschiedlich. Es ist jetzt hier bei Heroes of the Storm, hier ist jetzt nicht so viel umgedreht und Chunks laden und sowas alles. Hier würd jetzt vermutlich die Qualität super sein, aber die Datei natürlich auch groß. Und bei Minecraft ist es halt so, wenn ich mich da drehe und sowas, wird halt immer mehr geladen noch im Hintergrund und sowas alles. Da muss dann halt so ne hohe Einstellung sein, damit das auch alles in guter Qualität verpackt werden kann. Also, bringst du jetzt erstmal Videos in 1080p? Ja, werde ich tun müssen. Also, ich weiß nicht, ob sie 1080p sind. Ich kann gleich gerne mal gucken, ob das Bestrafungsvideo in 1080p da ist. Kann ich auch mal tun, ich bin ja nebenbei online. Sonst könnt ihr nicht mit dir erzählen. Dann kann ich ja mal auf YouTube jetzt gehen. Schau mal auf den Kanal. Dein Video, ach nee, ich muss ja auf unseren Account gehen, ne? Das ist ja noch nicht freigeschaltet, oder? Nee, es ist morgen um 10 Uhr freigeschaltet. Okay, dann guck ich mal. Ja, Bestrafungsvideo. Fünf Minuten und es hat so lange gedauert. Was denn lange gedauert? Ähm, ja, es ist 1080p. Ähm, fünf Minuten hoch, ähm, Video für... Und das hat 40 Minuten gedauert? Nein, das war in zwölf Minuten oben. Först du dich dann? Ja, das ist... Das ist für fünf Minuten in Ordnung. Das ist für mich ungewohnt, dass das jetzt so lange dauert, weil die, ähm, Dateien größer sind. Ja, bei mir dauert es halt locker genauso lange, wenn nicht sogar ein bisschen länger. Aber auch irgendwie so... Zwischen 25 und 30 Minuten, würde ich sagen, für ein 15-Minuten-Video. Oder 20-Minuten-Video. Irgendwie da bei 30 Minuten, 40 Minuten bin ich dann bei 20-Minuten-Videos. Ja, klar. Das passiert ja nun mal. Sollte aber weiterhin kein Problem sein, würde ich sagen. Geht schon irgendwie gehen. Quack, 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 quack. Also, wie lange bin ich denn gestern? Ihr werdet euch da sehr freuen. Ich hab die ersten fünf Sekunden gerade gehört und musste schon lachen. Ja, ohne Witz. Das war eine normale Ankündigung, sagen wir es so, ne? Fast normal. Na, teilweise. Zack, gehen wir wieder drauf, so liebe ich das. Schluck, trinken. Also, ich finde nicht unbedingt, dass das eine normale Ankündigung von dir ist. Ich kann mich gerade nicht mehr daran erinnern. Wir haben zu viel gemacht. Ich will es ja auch nicht jetzt sagen, weil das ein anderes Video ist und so. Du kannst ruhig doch mal was reinwerfen, weil dieses Video wird nicht vor dem Bestrafungsvideo online sein. Okay, also, du hast deine Begrüßung begonnen mit, hat in den Arsch, hart in den Arsch gefickt. Ja, also, das ist eine ganz normale Begrüßung von Neo, die nutzt da jedes Video. Echt, das hab ich gesagt? Ja. Und Marvin hat dann gesagt, ficken, hentai. Ah, hier. Er hat gesagt, ficken, penetrationshentai. So. Das sind die ersten fünf Sekunden, also freut euch auf das Video. Ja, wir machen hier kleinen Trailer. Vor allen Dingen, wenn das hier nach dem erst online kommt. Ja, ja, Trailer kommt immer später, so ist das in meinem Showbusiness. Genau. Richtig, erst ankündigen, nachdem er draußen ist. Ja, richtig, richtig. Geht so viel mehr aus. Ja, ich geh grad vor was anderem aus. So, Talentskillen hier, zack, Riesentöter. Und wie läuft dein Game? Ja, es geht. Ich hab keine Ahnung, was hier so wirklich gerade abgeht. Sieht aber ganz gut vom Push für beide Seiten aus. Top-Line geht gerade ein bisschen aggro hier drauf. Und, ja. Genau, was ich dadurch sagen wollte. Ich, verdammt, ich muss, ich darf eine Ankündigung nicht immer in irgendwelchen Videos machen. Meine Videos schauen immer nur begrenzte Gruppen. Heroes of the Storm schauen nicht zum Beispiel alle Minecraft-Gucker oder sowas. Ich muss Infovideos machen dafür. Das ist eigentlich besser so. Aber das muss ich jetzt ja trotzdem bringen. Und zwar wird, wenn jetzt das mit den Dateien zu groß wird oder sowas, wird nicht mehr zwei bis drei Videos von mir täglich kommen. Das könnt ihr dann leider vergessen. Da werd ich dann auch nur maximal zwei oder sowas machen. Das, find ich, ist eine ganz normale Anzahl. Ich glaube, wenn wir vier Videos pro Tag auf unserem Kanal freischalten, sollte das auch reichen. Die, die, ähm, Abonnenten sollten ja auch, oder auch die generell, die Zuschauer sollten ja auch erst mal nachkommen bei den Videos. Man überlegt, viermal, sagen wir, 20 Minuten im Durchschnitt. Einesmal länger, mal kürzer, ne? Dann hast du ja schon fast eine Stunde, na, über eine Stunde sogar. Stunde 20. Das musst du ja erst mal am Tag schaffen, dass du sowas guckst, wenn du noch andere YouTuber hast und so. Ja, klar. Deswegen sag ich ja, also, äh, wenn ihr dieses Video jetzt sehen solltet, ist es keine Verpflichtung von mir, zwei Videos täglich hochzuladen. Es wird durchaus Tage geben, an denen werden nicht zwei Videos von mir oben sein. Mhm. Und wenn irgendwann kommt von wegen, äh, warum kommen keiner zwei Videos von dir täglich, du hast das gesagt, werd ich entweder auf dieses Video verweisen oder ein erneutes Infovideo deswegen machen. Gut. Das haben wir deswegen jetzt auch mal geklärt, ne? Richtig. Mal schauen, ich guck dir mal, ob ich dann auch 1080p lade, damit wir einen einheitlichen Kanal haben. Oh my god. Eigentlich sind die Datei nicht viel größer. Kann ich nicht beurschalten. Ich... Ne, mal gucken, ich hatte ja zwischendurch aus Versehen ein Prison Architect Video, was die, äh, 1080 waren. Hier, das hier ist auch krass. Das ist ein 21 Minuten Video und das hat 165 MB. Größen? Ja. Hier 20 Minuten 158. Na gut, das sind auch wirklich so Projekte, weißt du, da musst du echt nicht allzu viel laden und rendern und alles. Sowas würd ich auch gerne machen. Muss ich noch irgendwie so ein Projekt oder sowas finden, was ich dann... Die hätten ja vielleicht sogar ein Together, was wir dann machen könnten. Weißt du, wer ich jetzt, oder? Ja, ja, aber da, da, das ist dann auch schon wieder, das finde ich, ist so Minecraft ähnlich. Also jetzt von den Sachen, die geladen werden. Es ist nicht so krass, aber es ist, äh, doch in der Tat etwas mehr, finde ich, als zum Beispiel ein Mobile. Naja, auf jeden Fall. Vielleicht findest du ja auch noch ein anderes Projekt, was du machen könntest. Boah, ich hab mal über Browser Games nachgedacht. Uh, da kannst du aber auch ein 40 Minuten Video machen, was du in 10 Minuten hochlädst. Ja. Überwegung hat man da meistens nicht. Aber da ist dann auch wieder die Sache, ähm, ich weiß nicht, ob das jemand sehen möchte und was. Aber wenn er irgendwelche Browser Games kennt, die er selber zockt oder sowas oder von mir sehen wollt, würde ich euch doch bitten, die hier mal reinzuschreiben in die Kommentare. Weil ich ganz gerne... Ich weiß nicht, was die Tage passiert. Ob wir ja noch Lösungen finden, wie ich mehr effektiv hochladen kann. Weil, ähm, ich möchte nicht irgendwie eine Stunde pro Tag hochladen an Minecraft oder sowas. Auch wenn das jetzt irgendwie scheiße klingt oder sowas, weil eine Stunde ja nicht allzu viel ist. Wobei ich doch schon sagen muss, wenn ich Schule hab oder sowas. Eine Stunde täglich, die mir dann nicht mehr bleibt, finde ich, ist schon viel. Ja. Also, sagen wir so, die Anfänge, wo ich mit YouTube dachte, so anzufangen. Wir sind ja jetzt schon hier auch eine ganze Zeit am Überlegen, machen wir YouTube oder nicht. Verschieben wir es mal, ne, die ganze Zeit. Und die ersten Videos, die ich versucht hab hochzuladen, da hat ein 10-Minuten-Video sechs Stunden gedauert, weil ich das falsche Format hatte. Also bin ich jetzt schon ganz froh, wenn es 40 Minuten oder so sind. Ja, die Sache ist halt, ich bin immer auch so ein teilweise ungeduldiger Mensch. Wenn ich, ich, ich weiß zum Beispiel, wenn ich gesagt bekomme, ich hab verdammt gutes Internet, dann erwarte ich auch verdammt gute Geschwindigkeit. Mhm. Und wenn ich dann zum Beispiel sehe, oh, ein 13-Minuten-Video ist so groß, das wird doch wieder Jahre dauern, dann hab ich da einfach keine Lust drauf, weißt du? Mhm. Da bin ich dann einfach so ein ungeduldiger Mensch. Ja, doch, auf jeden Fall verständlich, ist auf jeden Fall verständlich. Ich meine, wenn ich mich an den Anfang erinnere, da war die Qualität zwar von den Videos nicht so toll, aber da hab ich so ein 20-Minuten-30-Minuten-Video in 10-15 Minuten hochgeladen. Das war super, von der Geschwindigkeit, von allem. Aber die Qualität für euch war halt nicht das Gute. Und das ist mir jetzt halt klar geworden, dass das im Vordergrund stehen muss. Die Qualität, die wir euch präsentieren. Das ist ja auch qualitativ jederzeit zu verbessern, ne? Ja, 300 Euro mal eben so jetzt ausgegeben in den letzten zwei, drei Wochen für YouTube. Ja. Bei mir hab ich das ein bisschen verteilt, weil ich ja, da war ja schon ein bisschen länger überlegen, da hab ich mir gedacht, falls wir mal anfangen, könnte ich ja mir das holen. Und da mach ich das ein bisschen jetzt über die, über das Jahr oder so, wie wir jetzt schon nachdenken, hier verteilt. So sieht das aus. Ich hoffe, mich erwartet gleich keine böse Überraschung, wenn ich dann die Größe dieses Videos hier sehe. 5,6 GB. Ja, die Sache ist, weißt du, wenn es ein Gigabyte groß ist oder sowas, ja komm, dann lass ich mich dazu nochmal so überreden oder sowas, aber es sind dann auch schon wieder 40 Minuten. Da sag ich mir dann, was kann ich in den 40 Minuten machen, dann ist mein Internet wieder so schlecht, was soll ich da machen? Ja, bei einem Upload ist das nicht so problematisch wie beim Download zum Beispiel. Ja doch schon, also LOL kann ich überhaupt nicht mehr spielen beim Upload. Da hab ich dann 400er ping. Hab ich erst gar nicht versucht, weil du's mir ja auch erzählt hast, aber... Aber Minecraft zum Beispiel kann ich mit voller Internetverbindung spielen. Also mein Glück ist, ich bin so richtig schön YouTube-Stalker und so, hab ein paar Videos, die ich verfolge. Und ich guck dann einfach Videos und das geht nebenbei tadellos, das ist das Schöne am Upload. Bei Downloaden, da stottert's ja, man kann's auf 144p maximal sehen, wenn man seine Download-Geschwiligkeit ausreizt. Beim Upload ist das halt nicht so, ne? Dieses Download-Problem kenn ich nicht. Ne, also wenn ich downloade, dann kann ich auch keine YouTube-Videos eigentlich eher schauen. Na, kommt's auf den Download an, wenn's halt ein etwas kleinerer ist, dann wird halt nicht so viel Download beansprucht. Dann kann ich auch zum Beispiel auf 480p ist das, glaub ich, mir was angucken oder so. Aber wenn's größere sind beim Downloaden, dann kann ich's mir auf 144p vielleicht mit Lags geben. Da hab ich wenigstens halt jetzt die Chance beim Upload, dass ich YouTube-Videos schaue. Dann sag ich einfach mir so, ja, ich hab ja über den Tag ein paar Videos, die ich gucken will, dann guck ich die, während ich hochlade. Ja, da ist aber auch die Sache bei mir, ich schau nicht allzu viele Videos, zum Beispiel Beatsmeat oder sowas schau ich mal, oder schau ich gerne sogar. Aber ich bin halt einer mehr so, wenn ich jetzt Ferien hab, boah, ich muss zocken, ich muss da alles ausleben, was nur geht. Ich schau nur Videos, wenn ich irgendwie kurz vorm Pen gehe bin, wenn ich im Bett liege mit meinem Samsung oder Galaxy S4 schleiche, wir haben 50 Euro, danke Samsung. Oder sowas, oder wenn ich morgens aufstehe, am Uploaden bin und noch keiner da ist oder sowas. Ja. Also, ich guck halt ab und zu zwischendurch halt die Videos und das ist meine Zeitbeschäftigung, während ich hochlade. Deswegen fallen mir 14 Minuten noch nicht auf und dann guck ich zwei Videos, die ich eh gucken wollte, wo ich dann so oder so aufgegangen wäre und dann hab ich halt nebenbei das hochgeladen. Ich hab halt eine merkwürdige Beschäftigung. Bei mir hat sich das so entwickelt, ich hab immer irgendwie, ich will das jetzt gar nicht so großartig erwähnen, was hier mit mir und meiner Mutter im Privaten oder sowas war. Aber es hat sich dann so entwickelt, dass ich, wenn ich eine Mahlzeit bekommen habe, eine große Mahlzeit einmal am Tag gegessen habe, sei es ein großes Mittagessen und ansonsten den ganzen Tag nichts mehr. Und dafür hab ich mir dann immer ein, zwei Videos rausgesucht, die ich dann ganz gerne, ich mochte das, wenn ich so am Essen war, nebenbei ein Video schauen konnte. Deswegen hab ich immer diese Angewohnheit, ich schau Videos immer nur, wenn ich irgendwie, das mach ich jetzt immer noch so, ich esse nicht irgendwie den ganzen Tag tausende Gerichte, sondern ich esse einmal am Tag was richtig Großes oder sowas. Zum Beispiel Schnitzel mit Pommes und allem Möglichen. Eine große Portion, dann schau ich mir dabei ein paar Videos an oder sowas. Klingt jetzt ein bisschen eigenartig, ist auch vermutlich eigenartig, aber so hat sich das bei mir entwickelt. Ja, ist ja nicht weiter schlimm, warum nicht? Jeder hat seine Angewohnheiten, ne? So sieht das aus. So, da hat mir meine Ulti jetzt den Arsch gerettet. Ich glaub, das Game verlieren wir. Das ist übrigens der neue Char, der sich irgendwie Unmengen heilt. Und da kommt Illy dann auf mich angesprochen. Ich frag, dass er mich richtig schon ausgetrickst und jetzt hängen wir fest, weil Tyrael mich cockblockt. Du bist ein Hohenson, Tyrael. So, ich würde sagen, das Game sollte gleich vorbei sein. Schon? 20 Minuten. 20 Minuten sind das, okay. Kommt mir gar nicht so viel vor, aber ich war ja auch den Anfang im Ranked. Naja, haben wir wenigstens ein bisschen Zeit gehabt, um über solche Sachen zu reden, ne? Ja, 5 Minuten wird es vielleicht sogar noch dauern. Oder? Ja. Ziehen sich jetzt zurück, warum auch immer. So ne krasse Range, dieser Ton. Den hab ich mir übrigens auch gekauft, Sergeant Hammer. Werdet ihr vielleicht, wie gesagt, irgendwann bald mal sehen. Demnächst mal einen Stream machen, wo du ihn spielst. Also, so ein Stream für uns. Wie wir das mit Justin damals immer gemacht haben. Damals kompartam. Ach, die enden jetzt hier. Deswegen fange ich jetzt langsam an, mich von euch zu verabschieden. Ich hoffe, das Gameplay hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr konntet so ein bisschen verstehen, was hier gerade so los ist, auch mit meinem Monitor-Problem und allem. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, zuzuschauen. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.